Die jungen Superpala. Wo ist denn mein Mikrofon? Wo ist denn mein Mikrofon? Ach hier, ich sag's durch die Blume. So kann ein Gartenfest gut beginnen. Und dann habt ihr ja schon die Alma heute gesehen. Ganz schick gemacht. Dankeschön. Schön, dass du da bist. Danke. Dass du auch heute nicht fehlst bei dieser außergewöhnlichen Sendung. Wir haben schon gesehen, deine fleißigen Helferlein sind schon unterwegs. Bei so vielen Gästen. Ja, da hast du ganz schön was vorbereitet. Da wärst du mit einem Helfer unterbesetzt. Ja, das stimmt. Da bin ich froh. Da bin ich auch froh, weil sonst hätte ich dran glauben müssen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, jeder, der so halbwegs erwachsen ist, der weiß, wie es ist, wenn man einmal traurig ist im Leben. Es ist nicht immer Sonnenschein. Es gibt verschiedene Arten, wie man wieder fröhlich wird. Die einen brauchen ein schönes, romantisches, sanftes Lied, um wieder glücklich zu werden. Und die anderen brauchen einen Schulterklopfer und den Satz, irgendwann kommt das Glück zurück. Zack! Das ganze Leben ist ein Fahrstuhl. Mal geht's auf und mal hinab. Mal verzockt, mal falsch gelegen. Ich hab' zu manchen nichts verbotnt. Ich hab' alles gewonnen und alles verloren, hab' oft zu viel riskiert. Doch ganz egal, es geht immer weiter, auch wenn man alles verliert. Ist der Ruf, der ist ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Wir gehen nach vorn keinen Schritt zurück, irgendwann kommt das Glück zurück. Ist der Ruf, der ist ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Es geht nur bergauf und nie mehr bergab. Ja, wir haben es immer geschafft. Ich hab' gespielt und hab' verloren, hab' geglaubt, es könnt passieren. Hab' geblufft, zu hoch gepokert, nie geglaubt, ich könnt verlieren. Erstens kommt es manchmal anders, zweitens, als man hängt. Hab' geglaubt, ich schwimm' ganz oben, doch dann hat man mich einfach versenkt. Ist der Ruf, der ist ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Wir gehen nach vorn keinen Schritt zurück, irgendwann kommt das Glück zurück. Ist der Ruf, der ist ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Es geht nur bergauf und nie mehr bergab. Ja, wir haben es immer geschafft. Ist der Ruf, der ist ruiniert, ist der Ruf, der ist ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Wir gehen nach vorn keinen Schritt zurück, irgendwann kommt das Glück zurück. Ist der Ruf, der ist ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Es geht nur bergauf und nie mehr bergab. Ja, wir haben es immer geschafft. Es geht nur bergauf und nie mehr bergab. Ja, wir haben es immer geschafft. Und sagen Sie nicht, du weißt nicht, wovon du sprichst. Auch ich weiß es. Ich bin am 2. November 1960 geboren. Wenn mein Ruf noch nicht ver... Naja, ist ja wurscht. Ich bin am 9.000. Z soldiers zu uns kommen. Vielen Dank.